Kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu-Kempten. Hallo und herzlich willkommen zum Allgäu-TV-Wochenrückblick. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In der nächsten Stunde haben wir wieder alles zusammengefasst, was in der vergangenen Woche wichtig war. Hier im Allgäu hat sich in der letzten Zeit wahrscheinlich jeder über den warmen, sonnigen und eher niederschlagsarmen Sommer gefreut. So ein Klima gefällt aber nicht nur uns Menschen, auch der Borkenkäfer fühlt sich im Moment wirklich pudelwohl. Doch diese kleinen Käfer können in unseren Wäldern ganz schön große Schäden anrichten, indem sie die Bäume befallen und so für ein großflächiges Absterben sorgen. Und den Käfer zu bekämpfen, das ist gar nicht mal so leicht, denn hier in der Gegend wächst der Wald oft an steilen Berghängen. Zur Schädlingsbekämpfung im Gunzesriedertal musste deswegen jetzt ein ungewöhnliches Hilfsmittel her, ein Hubschrauber. Sägespäne, Holzstümpfe und gefällte Bäume. Was wie ein trauriger Baumfriedhof aussieht, ist das Werk von ihm hier, dem Borkenkäfer. Der Schädling hat eine Gruppe von Bäumen im Gunzesriedertal befallen. Deshalb liegt nichts anderes übrig, als die Fichten zu fällen. Als erfahrener Förster kennt Hubert Heinl die Spuren, die der Borkenkäfer hinterlässt. Das erste Befallsmerkmal, das man beim Borkenkäfer sieht, ist, wenn der Käfer sich in den Baum einbohrt, in die Rinde einbohrt. Dann liegen am Stammfuß oder hinter den Rindenschuppen liegt das sogenannte Bohrmehl. Das ist ein ganz feiner Staub, so ähnlich wie Schnupftabak. Und es ist das erste Anzeichen für uns, dass der Käfer den Baum befallen hat. Und später fällt dann mal die Rinde ab, es werden die Nadeln rot oder es fallen die Nadeln ab. Dann gibt es mehr Kennzeichen, aber auch Harztröpfchen am Baum. Oder wenn der Specht intensiv aneinander, den man gerade hört im Hintergrund, der Specht ruft. Spechtklopfen ist immer ein Zeichen für Borkenkäferbefall zurzeit. Weil der Wald hier an einem sehr steilen Hang wächst, gibt es nur eine Möglichkeit, den Borkenkäferbefall einzudämmen. Der befallene Baumbestand muss aus dem Wald gebracht werden. Und zwar mit dem Hubschrauber. Die einzige Chance, einen Borkenkäferbefall in Grenzen zu halten, ist, wenn man möglichst den Käfer, den Altkäfer mit seiner Brut, mit den Eiern aus dem Wald verbringt. Weil im Augenblick, wo er ausfliegt, geht er in den nächsten Baum. Und das potenziert sich sehr stark. Es wird dann immer mehr und mehr. Das heißt, wir müssen im Ersteingriff sehr erfolgreich sein, um die ganze Geschichte eindämmen zu können. Und um auf Anhieb erfolgreich zu sein, ist Pilot Odo Ram mit seinem Team vor Ort. Das trifft gerade noch letzte Vorbereitungen. Ja gut, wir machen uns das Seil hin. Dann schaue ich mir noch an, wo wir uns ungefähr im Gelände befinden. Und dann, wie gesagt, geht die Anhängermannschaft hoch, bereitet die ersten Stämme vor und wir fangen dann an und fliegen das Holz hier runter. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Insgesamt wurden an diesem Tag etwa 45 Festmeter Holz ins Tal befördert und abtransportiert. Festmeter ist die Einheit für Rundholz und ein Festmeter entspricht einem Kubikmeter. Der Transport von einem Festmeter Holz kostet mit allem Drum und Dran etwa 100 Euro. Günstig ist diese Methode also nicht. Aber manchmal gibt es keine andere Möglichkeit. Der Lösungsansatz der Zukunft ist Mischwälder. Mischwälder hier im Bergwald Fichte, Tanne, Buche. Wenn dann die Fichte vom Borkenkäfer befallen wird und er befällt ja nur die Fichte, dann bleibt mir die Buche und die Tanne übrig. Dann ist einmal ein wirtschaftlicher Schaden entstanden. Aber es entstehen keine großflächigen Schäden. Wir verlieren nicht einen Schutzwald großflächig, sondern es entstehen Lücken dann im Wald, wo dann wieder Naturföhung kommt. Und dann hätten wir dieses relativ stabile System Mischwäld, das dann auch funktioniert, wenn der Borkenkäfer da ist. Bis es solche Mischwälder wieder flächendeckend gibt, wird es also noch eine Weile brauchen. In nächster Zeit kommt es dann auf eine Variable an, das Wetter. Und da es jetzt wieder auf den Herbst zugeht, es also kühler und nasser werden wird, wird auch die Ausbreitung des Borkenkäfers früher oder später zum Erliegen kommen. Berge, Kühe und Tracht. All das steht ja für das Allgäu und seine Tradition. Und dazu gehört auch das Alphorn. Das ist in der Regel dreieinhalb Meter lang und zählt zu den Blechblasinstrumenten. Und wenn es gespielt wird, kann man den Ton übrigens, je nach Beschaffenheit der Landschaft, sogar bis zu zehn Kilometer weit hören. Um enge Triet im Unterallgäu konnte man am vergangenen Wochenende bestimmt den ein oder anderen Ton des Alphorns wahrnehmen, denn dort trafen sich gleich 300 Allgäuer Alphornbläser. Und wir waren mit der Kamera dabei. Hinter mir ist es ganz schön voll und wir hören gerade auch im Hintergrund und haben ja auch schon gesehen, Alphornbläser. Und zwar sind wir auf dem 59. Allgäuer Alphornbläsertreffen in Enge Triet im Unterallgäu. Das Allgäuer Alphornbläsertreffen findet einmal im Jahr statt und das immer an verschiedenen Orten. Letztes Mal trafen sich die Alphornbläsergruppen in Nesselwang im Ostallgäu. Diesmal ging es eben ins Unterallgäu. Neben mir ist der Paul Knoll. Den kennt ja auf dem Alphornbläsertreffen jeder. Warum ist das denn so, Herr Knoll? Ja, ich darf vom Arbeitskreis Alphornblasen im Allgäu die Veranstaltung schon seit 1993 mitorganisieren als musikalischer Leiter. Wie viele musikalische Gruppen sind denn heute hier vertreten? Heute sind es an die 40. Die kommen überwiegend aus dem Allgäuer Raum, aus dem Jungholz, also Tirol, und aus dem Vorarlbergischen Kleinwalsertal. Alles klar. Und jetzt Sie selber haben Ihr Alphorn gerade auch neben mir dabei. Wie lange spielen Sie selbst schon? Seit 1974. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Ja, das sind gute 40 Jahre. Würden Sie denn für mich ein paar Tönchen spielen? Können wir machen. Sehr schön. Also bei Ihnen schaut es sehr lockerlässig aus, sehr souverän, pusten Sie da einfach und es kommen da total viele Töne. Wie lange braucht man denn, um wirklich so gut spielen zu können wie Sie? Ja, das kommt darauf an, ob man natürlich von der Blasmusik herkommt. Wenn man ein Instrument wie zum Beispiel Trompete, Tenorhorn und so weiter bläst, dann tut man sich leichter. Denken Sie, dass ich das auch kann? Ja, ich versuche, wer es mit Sicherheit wird. Okay. Haben Sie einen speziellen Tipp für mich? Ja, könnte man sagen, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Haar an den Lippen und das möchten Sie wegpusten. Das wäre so die erste Aktion, was Sie machen könnten. Versuchen wir es. Ja, perfekt. Sie nehmen mein Mikro, ich nehme Ihr Alphorn. Perfekt. Okay, ich versuche ein Haar wegzupusten. Da kommt erst mal gar nichts. Ich glaube, mein großer Auftritt ist heute noch nicht auf der Bühne. Egal ob jung, alt, Mann oder Frau, die Einzelgruppen stellen sich deutlich besser an als ich. Der Alphornbläserverein des jeweiligen Veranstaltungsortes richtet mit dem Arbeitskreis Alphornblasen im Allgäu das Fest aus. So sind das in diesem Jahr die Günsthaler Alphornbläser. Und der Leiter der Günsthaler Alphornbläser, der ist neben mir und zwar der Martin Fiener. Grüß Gott. Ein herzliches Grüß Gott aus Engedritt. Ihr habt das alles ausgerichtet und jetzt ist hier das 59. Treffen der Alphornbläser. Aber ihr habt was viel Cooleres noch fast zu feiern. Ihr habt nämlich Jubiläum. Welches denn? Genau. Wir sind 40 Jahre die Günsthaler Alphornbläser und das ist ein schönes Jubiläum. Und ich bin ja Gründungsmitglied von 40 Jahren bei den Günsthaler Alphornbläsern. Das habe ich schon vorher gehört und ich finde das ziemlich Wahnsinn, weil in 40 Jahren wird man bestimmt einiges erleben. Was haben Sie in dem Verein alles erlebt? Aber sehr vieles. Wir haben viele Reisen gemacht. Wir hatten auf den Azoren, Brasilien, Kanada und wirklich schöne Sachen. Und das Schönste, was uns viel Spaß gemacht hat, ist natürlich, wenn man den Leuten Freude machen kann. Das ist das Wichtigste. Und was ist jetzt das Highlight, was jetzt noch kommt nach den Einzelvorführungen? Da kommt der Gemeinschaftschor. Und da werden so circa 300 Alphornbläser miteinander musizieren. Und das ist ein Highlight, ein Sound. So etwas gibt es nicht gerade. Und das ist er. Der Gemeinschaftschor, dirigiert von Paul Knoll. Hier spielen die rund 300 Alphörner zum Abschluss des diesjährigen Treffens. Im kommenden Jahr, zum 60-jährigen Jubiläum, treffen sich die Allgäuer Alphornbläser in Wengen im Oberallgäu. 36 Jahre Amtszeit hinterlassen Spuren. Aber im Fall von Ivo Holzinger, Altoberbürgermeister von Memmingen, hat er die Stadtsspuren von ihm als er von seiner langen Amtszeit. Memmingen hat sich seit den 80er Jahren gemausert. Von einer Kleinstadt am Rande Bayerns zu einem wichtigen Wirtschaftszentrum. Und Ivo Holzinger hat einen großen Teil zu diesem Wachstum beigetragen und ist auch selbst mit der Stadt gewachsen. Jetzt ist der Privatier, aber von Rentnerdasein, keine Spur. Boris Weltermann hat sich mit Ivo Holzinger im Dönerimbiss verabredet. Herr Holzinger, schön, dass Sie Zeit hatten, herzukommen. Natürlich habe ich jetzt Zeit. Jetzt haben Sie Zeit, genau. Was machen Sie denn überhaupt, den ganzen langen Tag? Da gibt es nicht viel zu sagen. Der Tag ist schneller rum. Ich glaube, ich stehe sogar relativ früh auf. Da bin ich dran gewöhnt jetzt. Dann mache ich Kaffee, auch für meine Frau mit. Und dann frühstücke ich mir. Und dann, bis wir hinschauen, ist dann schon wieder Mittag. Meistens fährt man rum, kauft einen. Also, was das angeht, habe ich noch keine gemerkt, dass ich jetzt im Grunde im Ruhestand bin. Weil der Tag läuft auch durch. Unruhestand sagt man ja auch. Ja, aber so will ich es auch. Also, es ist sehr schön. Okay. Absolut schön. Sie haben ja Ehrenämter nach wie vor, glaube ich, die Sie noch bekleiden. Und da muss man schon ab und zu mal irgendwo hin. Ja, natürlich. Und vor allem Telefon und das Internet. Also, mein Gott, die E-Mails. Und da muss man so aufpassen, dass man, wenn man antworten soll und nicht sofort antwortet, wenn man da was klären möchte, dass man es nicht vergisst. Da muss man nicht die ganze Latte E-Mails durchgehen, welche hast du jetzt beantwortet und welche nicht. Also, von daher, da ist immer was los. Ist das neu für Sie mit den E-Mails? Weil in Ihrem Amtszimmer war ja nie ein Computer, glaube ich. Da war einer, aber ich habe ihn nie benutzt. Also, bei der Arbeit wäre es völlig undenkbar gewesen. Also, gut, wenn man sich umstellt, total auf Computer. Aber das war ja dann mehr eine verbale Diskussion mit Terminen, die man hatte mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen. Aber mit dem E-Mail habe ich da nicht gearbeitet. Zu Hause dann schon, abends oder sowas. Weil da kann man ja auch bis spät in die Nacht oder die ganze Nacht doch ja im Grunde Dinge erledigen. Das ist ja sehr schön. Aber da sehe ich jetzt dann langsam schon, man muss auch eine gewisse Ordnung rein, dass es eben passiert, dass man wirklich etwas vergisst und der Betreffende, natürlich die Betreffende, da ein bisschen sauer ist. Ich kann mich an Ihr Amtszimmer gut erinnern. Da waren wir ja oft, haben wir oft Interviews dort geführt. Da war zwar eben kein Kommschuter auf dem Schreibtisch, wie sonst überall, aber ein Riesenhaufen Papier überall. Wie viel von den ganzen Stapeln haben Sie denn Ihrem Nachfolger, Herr Manfred Schilder, übrig gelassen? Ich glaube, wir haben fast alles weggeschmissen. Ich bin so ein visueller Typ, das weiß ich auch noch von meinem damaligen Chef beim Finanzamt. Der hat auch Riesenstapel übergebracht, der hat aber genau gewusst, da unterliegt es. Und so ging es mir auch. Da darf nur niemand anders ran. Weil dann, wenn da verräumt ist, dann kannst du das ganze Ding da durchmachen. Das haben wir alles, auch insbesondere mein Mitarbeiter, der Herr Langer und so weiter, ich habe das durchgeschaut, was für mich noch in Frage kam. Und dann alles weg, 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 weg. Was Ivo Holzinger in seiner Zeit als Oberbürgermeister bewegt hat, was er vermisst und was er jetzt vorhat, erfahren Sie in der neuesten Folge Dönerstalk. Sein Essen posten, ein Selfie mit dem neuen Pullover oder ein nettes Kaffeekränzchen mit den Freunden. Dank Instagram, Facebook oder Twitter ist es ja gar kein Problem mehr, sein Leben online mit der Welt zu teilen. Vor allem die jüngere Generation ist im Internet ja sehr aktiv und lässt sich immer wieder neue Trends einfallen. Vor fünf Jahren hat auch ein Bauer aus Rosshaupten diesen Trend für sich entdeckt und will seine Geschichten teilen. Wir haben den bloggenden Bio-Bauer besucht. Franz Kinker ist Bio-Bauer aus Rosshaupten im Ostallgäu. Hier füttert er gerade mit ein paar Ferienkindern seine Kühe. Für ihn ist das Alltag und genauso wie das frühe Aufstehen am Morgen Bestandteil seines Traumberufs Bauer. Doch ein bisschen Abwechslung von seinem Alltag gönnt sich Franz Kinker gerne. Und das macht er mit seinem für einen Bauern doch etwas ungewöhnlichem Hobby. Ich habe einen Blog, weil ich finde, man soll einfach in der heutigen Zeit da präsent sein, wo die Leute auch sich dafür interessieren, im Internet recherchieren die. Und Landwirtschaft, dass sich durchaus vertreten im Internet und sich gut darstellen. Weil ich sage, negative Schlagzeilen gibt es genügend. Um die braucht man sich nicht kümmern, die kommen automatisch. Unsere Aufgabe ist die, finde ich, einfach Positives zu verbreiten und auch Lustiges und Nachdenkliches. Das ist schon mein Ziel von meinem Blog. Er will mit seinem Blog nicht große Diskussionen anstoßen. Er will nicht gegen die Gesellschaft wettern. Er möchte einfach auf ein paar Missstände aufmerksam machen. Zeitgleich aber auch unterhalten. Speziell beim Werken habe ich die besten Ideen. Da spring ich dann geschwind raus, mache ein paar Notizen. Und schreibe es dann, was ich abends einmal zusammen auf dem Blatt Papier. Und dann versuche ich, das in den Reinen zu bringen am PC. Und da ist Franz Kinker perfektionistisch. Wenn ein Text in seinen Augen mal nicht so rund ist, arbeitet er auch mehrere Tage oder Wochen an einem Blog-Eintrag. Immerhin ist der nicht nur einige Zeilen lang, sondern umfasst oft mehrere Seiten. Angefangen hat er vor fünf Jahren und kam über ein Alpen-Blog-Projekt darauf, selbst zu bloggen. Hier hat er auch ein bisschen das Bloggen gelernt. Aber das meiste ist für ihn Learning by Doing gewesen oder mithilfe von Tipps aus dem Internet. Irgendwann hat er so seinen eigenen Stil entwickelt. Der ist locker, wie Franz Kinker selbst. Wenn auch meist die Artikel aus seiner Sicht geschrieben sind, kann es auch mal sein, dass er aus der Sicht eines neugeborenen Kälbchens schreibt. Und das kommt an. So gut sogar, dass Kinker nun auch unter die Buchautoren gegangen ist. Ein Feriengast von uns, der schafft einen Landwirtschaftsverlag. Und der hat meine Blog-Beiträge gelesen und sagt irgendwann mal, Franz, du musst ein Buch schreiben. Sag ich, bist verrückt? Ich schreibe nie ein Buch, wie kommst du auf die Idee? Und dann habe ich aber, der Lass liest nicht locker. Und ja, da kommen über meine Blog-Beiträge in dem Buch vor. Ich hätte es im Leben nicht gedacht, dass ich so etwas mal fertig bringe. Aber jetzt mittlerweile freut es mich richtig. Zu Recht. Immerhin ist es bereits das Buch des Jahres 2017 des Landwirtschaftsverlages. Erscheinen wird es im Herbst. Doch ausgeruht wird sich nicht. Sein neuestes Projekt ist ein eigener YouTube-Channel, My Allgäu-Tube. Zusammen mit Nachbarsjunge Johannes, selbst Traktorfan, erstellt er eigene Videos. Ich möchte ein bisschen halt eben Allgäuer Höfe, das Hofleben darstellen. Und da einige bei uns irgendwie halt auf ein Thema und das schneiden wir mit mir zusammen. Und dann gibt es was, eigentlich für junge Leute, die das gerne sehen. Auch seine Schulkameraden teilen das ganz gerne dann. Das haben wir zum Beispiel das Seilieren gemacht. Da haben wir 10.000 Klicks drauf schon. Dabei filmt Franz. Johannes ist für Schnitt und Vertonung zuständig. Dafür hat sich der Bauer extra eine Kamera gekauft und ein paar Volkshochschulkurse belegt. Ich würde eigentlich auch meine Kollegen dazu animieren, so etwas zu tun. Weil, wie gesagt, es gibt genügend negative Schlagzeilen, die die Landwirtschaft erdulden muss. Die kommen automatisch immer wieder. Und wir sind dazu aufgerufen, ich sage jetzt eh mal, möglichst positiv darzustellen, was wir haben. Unsere Leidenschaft darzustellen, wie es so schön unser Beruf ist. Wir gönnen man den Macht, den Umgang mit Tieren. Auch wenn nicht jeder gleich einen YouTube-Kanal ins Leben rufen muss oder in Druck geht, Franz Kinker wünscht sich, dass er nicht alleine bleibt und neben der Unterhaltung auch politisch auf die kritischeren Themen aufmerksam macht. So, wie die Sonne die Blumen färbt, so färbt die Kunst das Leben. Das Größte für die Kleinsten gibt's bei der Babywelt in Gersthofen. Europas größtem FEDES Babyfachmarkt. Mit Baby- und Kinderzimmern, den besten Autokindersitzen, Kinderwagen, Buggys und vielem mehr. Die ganze Welt der Babys auf über 5000 Quadratmetern. Einfach riesig und einfach zu finden. Im Herripark Gersthofen. Direkt an der A8 und der B2. Mit riesigem, kostenlosen Parkplatz. Waffenbeer. Das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. MyClickCard. Die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodensee-Region. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de Küchenmeier. Die Küchen Nummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen. Innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Auf 400 Quadratmetern bietet Ihnen der Schäferladen Allgäuer und ökologischer Naturprodukte. Lassen Sie sich begeistern und inspirieren von diesem ungewöhnlichen Angebot. Vom größten Naturtextilvollsortiment Süddeutschlands und den vielen Woll-, Walk- und Fellprodukten. Den handgemachten Wollteppichen und dem Naturmatratzenangebot. Mehr Online, mehr Digitalisierung. Von allen Seiten kommt diese Entwicklung ja auf uns zu. Das fängt beim Smartphone oder Smart-TV an und hört bei Online-Banking auf. Wobei Aufhören ein völlig falscher Begriff ist, denn Digitalisierung hat an und für sich ja kaum Grenzen. Doch mit dieser digitalen Freiheit kommen auch mehr und mehr Gefahren. Online-Bankkonten können genauso gehackt werden wie das E-Mail-Postfach. Und zack, sind alle Passwörter, persönliche Infos und Daten in den Händen unbekannter Krimineller. In Memmingen hat man diesen Verbrechern jetzt den Kampf angesagt. Ja, bei uns im Nachgefragt-Stuhl darf ich jetzt Gerhard Aberle begrüßen. Schön, dass Sie da sind, Herr Aberle. Sie sind der Leiter des neuen Kommissariats K11 Cybercrime in Memmingen. Das ist der offizielle Name. Was kann ich mir denn darunter genau vorstellen? Sitzen da Informatiker in einem dunklen Keller und suchen im Darknet nach Verbrechern? Nein, so ist es natürlich nicht. Wir machen ganz normale Polizeiarbeit, wie jede andere Ermittler auch. Das heißt, wir nehmen Anzeigen auf, wir vernehmen Zeugen, Geschädigte, Beschuldigte, führen Ermittlungen hinsichtlich des Tatablaufes oder auch zu Tatverdächtigen. Der einzige Unterschied ist, dass wir unsere Ermittlungen auch im Internet unter Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften durchführen. Warum hat man denn dann so ein Cybercrime-Kommissariat ausgerechnet in Memmingen installiert? Gibt es da besonders viel Cybercrime-Internetkriminalität? Nein, Memmingen ist natürlich nicht unbedingt ein Schwerpunkt der Internetkriminalität. Aber Staatsminister Joachim Herrmann hat entschieden, dass der Bekämpfung der Internetkriminalität hier sehr große Bedeutung zukommt und hat deswegen bereits im Jahr 2014 im Polizeipräsidium Schwaben Südwest sogenannte Arbeitsbereiche Cybercrime eingerichtet. Diese wurden bei den Kriminaldienststellen in Neuerm und Kempten eingerichtet. Weiter wurde entschieden, dass jede Kriminalpolizei-Inspektion ein Kommissariat 11 Cybercrime bekommt. Und das hat das Polizeipräsidium Schwaben Südwest jetzt umgesetzt, indem sie die Arbeitsbereiche Cybercrime in Neuerm und Kempten als eigenständige Kommissariate führt und zusätzlich in Memmingen ein Kommissariat 11 eingerichtet hat. Sie sind dann zuständig für das Unterallgäu, Günzburg, weitere Bereiche in der Region. Das Internet, gerade eben das World Wide Web, ist halt weltweit. Inwiefern kann man denn an den Zuständigkeitsbereich von Ihnen eingrenzen? Ja, der Zuständigkeitsbereich ergibt sich einmal daher, dass wir natürlich in unserem Bereich Geschädigte haben. Die Opfer von Internetkriminalität werden uns natürlich hier an die örtliche Polizei wenden und diese Delikte dann natürlich auch hier örtlich abgearbeitet werden müssen. Natürlich, mit einem Mausklick sind die Täter heute über Ländergrenzen hinweg, aber auch wir haben hier bei uns im Bereich manchmal Beschuldigte, die es dann gilt zu vernehmen und entsprechend die Anzeige der Staatsanwaltschaft vorzulegen. Sprich, wenn ich jetzt als wahlloses Beispiel einen Memminger habe, der in Venezuela irgendwas angestellt hat im Internet, geht Sie das dann was an oder wer ist da dann zuständig? Gut, vom Strafrecht her ist es schon so, dass wenn ein Deutscher im Ausland eine Straftat begeht, auch die Polizei in Deutschland dann auch zuständig ist, beziehungsweise die Justiz in Deutschland zuständig ist. Das heißt, das ginge uns grundsätzlich schon was an, ja. Was sind denn so typische Fälle in Ihrem Gebiet? Geht es da los, wenn jemand schon illegal irgendwelche Lieder runterlädt oder fangen Sie nur an bei den wirklich großen Datendiebstählen, von denen man viel hört? Was sind so die Gebiete, die Sie abarbeiten? Ein Großteil unserer Arbeit besteht im Kreditkartenmissbrauch, bei sogenannten Phishing-Fällen, also sprich das Abwischen von Kontodaten beim Online-Banking, Identitätsdiebstahl, also wenn zum Beispiel Profile in sozialen Netzwerken kopiert werden, für kriminelle Machenschaften dann hergenommen werden, Bedrohungen, Beleidigungen im Internet, die Bandbreite ist groß, wir haben genügend zu tun. Es ist aber auch, ich meine, auf der einen Seite die Täter nachzufolgen schon schwierig, auf der anderen Seite sie rechtlich vielleicht auch zu ermitteln. Schwierig, fehlt es an den Gesetzen in Deutschland noch so ein Update für die digitale Welt? Wir haben sehr gute Voraussetzungen in Deutschland. Natürlich muss der Gesetzgeber hier immer wieder nachsteuern. Es gibt immer wieder neue Entwicklungen, auch im Bereich der Computer- und Internettechnologie. Hier ist natürlich von Seiten des Gesetzgebers immer wieder mal eine kleine Stellschraube nötig. Aber das ist in der Vergangenheit durch die Politik immer wieder auch gemacht worden. Jetzt gibt es natürlich gerade bei einer Internetkriminalität den Begriff des Hackens. Also wenn jemand sich Zugang zu verschlüsselten Seiten oder Daten verschafft, jetzt werden Hacker oft sofort als kriminell angesehen. Aber eigentlich sind Sie ja bei der Polizei in Memmingen, gerade im Cybercrime-Kommissariat, eigentlich ja auch Hacker, oder? Nein, also wir haben ganz klare gesetzliche Vorgaben, an die wir uns halten müssen und auch halten. Und können also hier jetzt nicht einfach in irgendwelche Datennetze einfach eindringen, sondern wir müssen uns hier ganz klar an gesetzliche Vorgaben halten. Wie sieht denn dann das Personal bei Ihnen aus? Sind das dann wirklich ausgebildete Polizisten mit Sporttest etc.? Bräuchte man ja eigentlich gar nicht so als Internetkriminologe? Ja, zum einen ist es so, dass sich schon auch das Personal aus dem Polizeidienst rekrutiert. Andererseits werden aber auch im Kommissariat 11 speziell Informatiker eingestellt, die dann noch zu Polizeibeamten, zu Polizeivollzugsbeamten ausgebildet werden. Denn auch wir sitzen nicht nur hinter dem Schreibtisch, sondern müssen auch raus in die reale Welt. Und hier ist schon eine Ausbildung als Polizeivollzugsbeamter auch notwendig. Also Sie suchen dann auch nicht die Informatiker an irgendwelchen Hackerwettbewerben, wo die Großen der Großen um die Wette hacken? Nein, sondern wir brauchen Leute auch, die natürlich Verständnis und Wissen haben, was Internet, Computer allgemein betrifft. Deswegen versuchen wir hier ja jetzt auch immer wieder Leute zu rekrutieren, die ein abgeschlossenes Informatikstudium haben und die wir dann zu Polizeibeamten ausbilden. Jetzt wird Ihr Kommissariat mit dem, ich sag mal, filmreichen K11 mit Sicherheit noch in Zukunft wachsen, sowohl in der Größe als auch an Bedeutung. Wird es künftig noch mehr Internetkriminalität geben und wie ist man denn dagegen gewappnet? Also da muss man natürlich schon davon ausgehen, dass hier eine Steigerung weiterhin zu verzeichnen ist. Wir hatten allein im vergangenen Jahr 2016 in Bayern eine Steigerung von 3,6 Prozent der Fallzahlen. Davon müssen wir ausgehen, dass das auch in Zukunft so sein wird. Wie man da dagegen in Zukunft natürlich vorgehen will, ist einerseits jetzt eben die Einrichtung dieser Kommissariate. Und da muss man dann einfach mal die Fallzahlen immer wieder anschauen, ob man hier personell nochmal an den Stellschrauben drehen muss. Aber das wird die Zukunft zeigen. Ich denke, im Moment sind wir mit vier Beamten, so wie es in Memmingen im Moment ausgestattet ist, sehr gut gerüstet. Wird dann eben auch ein ständiges Wetterrüsten in Sachen Technik und Möglichkeiten geben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Herr Aberle. Und damit geht's zurück zu Svenja ins Nachrichtenstudio. Sie wird gern mal als eine der härtesten Kampfsportarten der Welt bezeichnet. Denn Schläge mit den Fäusten und Ellenbogen, Tritte mit Füßen oder Knien gehören zum Muay Thai einfach dazu. Davon sollte man sich allerdings nicht abschrecken lassen, denn Thai-Boxen ist schon länger keine Randsportart mehr. Und auch hier im Allgäu wird sie immer beliebter. Meine Kollegin Katharina Brügel war in Kaufbeuren und hat dort bei einem Muay Thai-Training zugeschaut und natürlich auch mitgemacht. Schützer anziehen. Schützer anziehen. Das bedeutet, das Training beginnt. Und sitzen Schienbeinschoner, Helme und Boxhandschuhe, kann es losgehen beim Muay Thai-Boxen im Kaufbeuren. Das Studio von Trainer Markus Lang ist gut besucht, denn das Thai-Boxen entwickelt sich zu einer immer beliebteren Kampfsportart. Auch im Allgäu. Doch Vorurteile gibt es immer, wenn ein Sport so rabiat aussieht. Aber genau damit wollen die Sportler hier aufräumen. Aufräumen kann man alleine schon mal damit. Wir haben jetzt seit Dezember, nein April diesen Jahres, haben wir die Olympische Anerkennung, die vorläufige, bekommen. Also das Thai-Boxen als solches, das geht jetzt langsam aus dem Schatten raus. Es ist nicht mehr so, diese Randsportart, wie es jetzt mal früher war, wo man gesagt hat, es ist nur milieubehaftet und irgendwelche Zuhälter und sonst irgendwas. Sondern es ist wirklich, die Amateurbasis wird auch immer breiter und auch seriöser. Und das heißt, jeder kann mal in diese Sportart reinschnuppern. Ob es darum geht, Stress abzubauen und den Kopf freizubekommen, selbstbewusster zu werden und zu lernen, wie man sich im Ernstfall verteidigt oder lediglich um den Fitnessaspekt. Das Training ist hart, macht aber auch sehr viel Spaß, wie ich selbst feststelle. Ja, die kommt deutlich besser. Da ist ein bisschen mehr Wumms hinter. Prömer. Einen noch. Einen noch. Und einen für Mutti, richtig mit ausatmen. Versuch mal nicht, beim Boxen machst du auch. Ja. Jetzt mach mal hier rein. Okay. Jawohl, sehr gut. Wart ihr schon? Für jemanden, der es noch nicht gemacht, war das auch ganz immer ganz verkehrt. Und ganz schön anstrengend. Ja, mich auch. Ja. Meine Güte. Ich glaube, ich mache eine kurze Pause und gucke den anderen erst mal zu. Oh, wow. Nicht schlecht. Ich fühle mich wohl hier. Zu keinem Zeitpunkt gibt mir jemand das Gefühl, nicht dazuzugehören. Aber es gibt doch immer mal wieder Leute, die mit einer ganz anderen Motivation zum Thai-Boxen kommen. Die Leute, die aggressiv hier reinkommen, die sind maximal ein Training da. Weil die Leute, die so aggressiv, die irgendwo sich nur prügeln wollen, die nur austeilen wollen, die wollen eben nur das. Die wollen nur austeilen. Und das Training ist anstrengend. Das Training, das tut dann teilweise auch mal weh, weil ich auch Schläge bekomme und nicht nur am Schlagenden. Und deswegen sind die relativ bald raus. Und wenn man merkt, okay, da ist jetzt einer, der so ein bisschen die aggressivere Variante, dann kriegt er halt die dementsprechenden Trainingspartner, die das dann auch abkönnen, den Druck, den er anbringt. Und den Druck dann auch wiedergeben können. Und das hat sich dann relativ bald erledigt. Denn der immer besser werdende Ruf der Sportart wird von Trainern und Schülern gewahrt und gepflegt. Und das merkt man auch an der familiären Atmosphäre hier. Also mir ist es wichtig, dass hier bei uns in der Schule, dass da wirklich miteinander trainiert wird und nicht so ein Platzhirschgehabe ist. Sondern da trainieren die Anfänger mit den Wettkämpfern genauso wie jung und alt. Mehr von den Anfängern, Wettkämpfern, jung und alt und wie ich mich natürlich weiterhin beim Training anstelle, das sehen Sie in der aktuellen Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Die heilige Christentia. Sie wurde 1682 als Anna Höss in Kaufbeuren geboren. Mit 21 Jahren trat sie als Ordensschwester in das Kaufbeurer Franziskanerinnenkloster ein. Als Nonne war sie dann für die Kaufbeurer eine wichtige Beraterin, die den Menschen in schwierigen Lebenssituationen beiseite stand. 2001 wurde sie sogar von Papst Johannes Paul II. heilig gesprochen. Und nicht nur deswegen ist die heilige Christentia in und um Kaufbeuren noch heute bekannt und auch präsent. Warum? Theresia Keck berichtet. Es liegt mitten in der Kaufbeurer Innenstadt, das Kloster der heilig gesprochenen Maria Christentia Höss. Vom Trubel auf der Straße merkt man im Innenhof des Klosters nichts. Hier ist es ruhig und friedlich. Das hier ist das Fenster der Zelle, in der Christentia einmal gelebt hat. Sie hat sich vor allem den Armen zugewandt, den Menschen, die irgendwie Not hatten. Materialienot, seelische Not. Sie hat das Kloster zur wirtschaftlichen und auch zur geistlichen Blüte gebracht. Und deswegen wurde nach ihrem Tod ja eigentlich viel später erst 1922 das Kloster nach ihr benannt und heißt eben seit 1922 Christentia-Kloster, weil sie es praktisch zur Blüte gebracht hat. Und das ist die originale Zelle, in der Christentia I gewohnt hatte. Hier hat sie nicht nur geschlafen, sondern auch gebetet. Und auch heute noch leben im Christentia-Kloster Nonnen. Die Schwestern haben einen geregelten Tagesablauf, in den regelmäßige Gebete morgens, mittags und abends integriert sind. Ja, es geht einfach darum, immer wieder auch sich zu vergewissern, woraus schöpfen wir eigentlich Kraft und wo kann ich auch das, was mich belastet, wieder ablegen. Sonntag ist ein bisschen anders geordnet, aber besteht aus den gleichen Teilen, Gebet, Arbeitszeit, Freizeit, Zeit auch für gemeinsame Unternehmungen. Vor allem am Samstagabend gibt es eine gemeinsame Rekreation, wo wir einfach ganz locker zusammensitzen, miteinander reden, austauschen, was so die Woche über war oder auch Handarbeiten, spielen, jetzt im Sommer sogar im Freien draußen. Die Klosterkirche ist für die Franziskanerinnen ein Ort der Stille und des Gebets. Hier liegen die Gebeine der heiligen Christentia. Auch heutzutage noch kommen gläubige Christen hierher, um zu ihr zu beten und ein Licht anzuzünden. Obwohl der Tagesablauf der Nonnen normalerweise klar geregelt ist, sieht es heute ein bisschen anders aus. Für einen Teil der Schwestern geht es nach Bickenried, zum Hof Fasenda de Esperanza. Dort wird heute das neu renovierte Christentia-Kreuz gesegnet. Gestaltet wurde das Kreuz von Herrn Moser und es wurde anlässlich des Seligsprechungsjubiläums bei uns am Kloster, an der Klosterwand, angebracht. Dort hing es dann, ich weiß nicht mehr genau wie lange, ein paar Jahre. Dann wurde überlegt, wo kann es denn seinen Platz finden, es ist sehr groß. Und dann kam die Idee, es auf der neu entstandenen Fasenda in Bickenried aufzustellen, weil die Fasenda auch den Namen der heiligen Christentia trägt. Während des Gottesdienstes wird das erneuerte Kreuz von Pfarrer Endenmoser gesegnet. Es waren also erhebliche Schäden und zwar durch die Witterungseinflüsse, war die Rückseite durch den Regen sehr beansprucht und das Wasser ist dann runtergelaufen. Und unten im Falz ist das in die Tiefe eingedrungen und es war im Grunde genommen total verfault. Deshalb konnte das Holz nicht einfach überstrichen werden, sondern es wurde entschieden, das Kreuz ganz zu erneuern. Und jetzt erstrahlt es hier entlang des Christentia-Pilgerwegs in neuem Glanz. Es ist Anfang September. Auch wenn wir es nicht so richtig wahrhaben wollen, das bedeutet, dass so langsam aber sicher der Sommer zu Ende geht. Das heißt aber auch, eine ganz bestimmte Saison geht wieder los. Und nein, ich rede nicht vom Sport, sondern von Pilzen. Um die geht es nämlich in unserem nächsten Beitrag. Um Pilze und um die Suche nach ihnen. Dafür waren wir in einem Waldstück bei Biesenhofen und haben uns dort mit einem Pilzesammler und seinem Helfer getroffen. Keinem Trüffelschwein, wie Sie jetzt vielleicht denken, sondern mit einem Hund, einem Pilzsuchhund. Katharina Brügel hat den süßen Kerl mit der guten Nase getroffen. Ein ganz normaler Spaziergang mit dem Hund. Danach sieht es aus, wenn Wolfgang, Otto und Leo sich um halb sieben Uhr morgens auf den Weg in den Wald machen. Doch die beiden haben auf ihrer morgendlichen Runde etwas ganz Bestimmtes vor. Pilze sammeln. Schau, das. Du das suchen. Such, Leo. Da, schau. Ist da, ist da. Jawohl. Jetzt hat er. Du fleißig suchen. Such noch. Komm. Such Pilze. Und ab da klebt Leos Nase förmlich am Boden. Denn Wolfgang Ott weiß zwar, wie die gesuchten Pilze aussehen, Leo findet sie aber anhand seines Geruchssinns, der um ein Vielfaches besser ist als der eines Menschen. Und gerade so früh am Morgen kann er besonders viel aufnehmen. Ja, damals durch die Hunderettungsstaffel, da bin ich bei trockenem Sommer einmal vier Stunden rumgelaufen ohne Leo und habe fast nichts gefunden. Und dann habe ich gedacht, wenn er Leute oder manche Sachen findet, dann findet der auch Pilz. Dann habe ich ihn seit zwei Jahren so auf Pilzsuche geschult. Wolfgang Ott war schon als kleiner Junge oft auf Pilzsuche. Er weiß, wann und wo die Pilze wachsen. Doch mit Leo an seiner Seite geht es einfach sehr viel schneller, den Korb zu füllen. Jawohl. Jetzt haben wir ihn. Dem Mischling aus belgischem Schäferhund und Golden Retriever macht es sichtlich Spaß. Und es ist eine sinnvolle Beschäftigung für so einen intelligenten Hund. Doch dieses Jahr ist einiges anders. Also, wie ich jetzt gesehen habe, ist die Saison jetzt so langsam vorbei. Also, es ist eigentlich September. Oktober war es eigentlich immer relativ gut. Aber wahrscheinlich durch die Regenzeit, was damals war, Juni, Juli. Und Pilze brauchen ja sehr viel Wasser und Feuchtigkeit, dass sich das alles vorverschoben hat. Gut, mit Schindenzwiebeln, Ei. Die Klimaveränderung lässt sich also auch beim Pilzesuchen deutlich spüren. Laut dem Bayerischen Landesamt für Umweltschutz gibt es allein in Bayern rund 5000 Arten von Pilzen. Die kann wohl nicht einmal ein Team wie Wolfgang Ott und Leo alle auseinanderhalten. Doch Gefahren bestehen vor allem bei unerfahrenen Sammlern. Die können schon sammeln, sollten halt eine Beratungsstelle aufsuchen für Pilzkenner. Was ich gehört habe, Landratsamt, gibt es da Beratungsstellen für Pilze und das Gleiche. Aber ich sage immer, Finger weg, wenn man es nicht kennt. Nach etwas über einer Stunde ist Schluss. Die Suche ist für Leo und seine Spürnase sehr anstrengend. Und nach einer letzten verdienten Belohnung geht es zurück nach Hause, wo der Tag dann so richtig beginnen kann. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier. Unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Unsere Energie bringt vieles in Bewegung. CO2-neutral und nachhaltig. Wir sind Ihr persönlicher Ansprechpartner für Heizöl, Pellets, Erdgas, Strom, Kraft und Schmierstoffe. Wenn es um Energie geht, bringen wir Licht ins Dunkel. Fragen Sie uns. Kessler. Energie für das Allgäu. Energie für Hals. Ja, ihr wisst. Jumper. Untertitelung. BR 2018 In Lindau braucht man aktuell gute Nerven. Die Lindauer wissen sowieso, wovon ich rede. Und auch viele andere Allgäuer kennen die dortige Verkehrssituation. Wir haben ja schon öfter darüber berichtet, dass einer der beiden Bahnübergänge in Lindau komplett gesperrt ist. Der im Langen Weg nämlich. Denn hier wird eine Unterführung unter den Schienen gebaut. Am Freitag war dafür ein wichtiger Tag, an dem ein großer Schritt gemacht wurde. Ein sehr großer sogar. Die 3.500 Tonnen schwere Brücke wurde eingesetzt. Theresia Keck war mit dabei. Heute Morgen um 6 Uhr stand sie noch dort hinten. Die Brücke für die Unterführung der Bahnstrecke am Langen Weg. Aber das hatte sich heute im Laufe des Tages geändert. Denn hier wurden heute sprichwörtlich Berge und buchstäblich eine Brücke versetzt. Wir sind heute hier am Langen Weg, um die neue Eisenbahnüberführung in die Endlage einzuschieben. Ja, es ist so, dass für die kürze Unterbrechung der Eisenbahn nur gewisse Zeitwärts zur Verfügung stehen. Und um da eine große Baugeschwindigkeit zu erzeugen, wird die Brücke seitlich hergestellt und heute halt kurz angehoben um wenige Zentimeter und dann auf einer Gleitbahn eingeschoben. Insgesamt wurde die Brücke dann um ganze 27 Meter an die richtige Position verschoben. Wie das bei einem 3.500 Tonnen Bauwerk funktioniert? Diese unscheinbaren Hydraulikpressen sind dafür verantwortlich. Sie ziehen das knapp 40 Meter lange Brückenbauwerk sozusagen Millimeter für Millimeter an den richtigen Platz. Da hatte den Verantwortlichen der Dauerregen der letzten Nacht gerade noch gefehlt. Ja, die Witterung hat halt zu Verzöhrungen geführt, weil wir erstmal uns um die Wassermassen kümmern mussten, statt der eigentlichen Arbeit nachzugehen. Im Moment ist es kein Problem mehr mit der Witterung. Während die Brücke langsam, insgesamt dauert das Ganze knapp sechs Stunden, verschoben wird, versammeln sich immer wieder Schaulustige am Baustellenrand. Nicht alle, besonders direkte Anwohner, sind von der riesigen Baustelle begeistert. Dass zum einen für die Unterführung ein Wahnsinnsaufwand gemacht werden musste, um die entsprechende Kanalisation, dann die entsprechenden Wasserabführungsmaßnahmen, das heißt Wasserrückhaltebecken und viele andere Dinge, die ganz tief in die Erde gegraben wurden und die natürlich einen fürchterlichen Aufwand an Technik und auch natürlich an Lärmentwicklung bedeuteten. Auch bis zu Erschütterungen im Haus, das heißt, uns sind einige Dinge beschädigt worden, die vorher funktioniert haben. Und deswegen ist das für uns natürlich schon eine Belastung gewesen. Es ist nicht zu verleugnen. Für die direkten Nachbarn ist der Lärm und die Erschütterung eine große Belastung. Für die Langweg-Baustelle ist der heutige Tag dennoch ein echter Meilenstein. Das ist einer der Kernstücke der Arbeit der letzten Wochen. Sicherlich ist die Brücke einer der wichtigsten Meilensteine bei diesem Projekt, unter vielen anderen natürlich auch. Aber die Brücke ist die Hauptbaumaßnahme quasi und die ganzen Baumaßnahmen drumherum, die können dann im Anschluss an den Brückeneinzug weitergeführt werden. Auf der Nordseite der Brücke ist die Straße derzeit soweit schon fast fertig gebaut. Bis in die Baugrube hinein führt sie schon. Dort wird es dann folgendermaßen weitergehen. Wenn die Brücke an ihrer vorgesehenen Stelle ist, dann werden wir zuerst dann mit den weiteren Erdarbeiten weitermachen. Dann quasi den Straßenbau unter der Brücke ergänzen, bis dann quasi zum Europaplatz, der dann quasi die Verbindung der neuen Verkehrsführung darstellt. Und so wurde die Brücke heute dann durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten Stück für Stück an den dafür vorgesehenen Platz befördert. Man kann also fast sagen, zwischen Langweg-Baustelle und Wetter steht es 1 zu 0 für die Baustelle. Denn trotz des vielen Regens verlief letztendlich doch eigentlich alles nach Plan. Für tausende Jugendliche ging es am Freitag los. Ohne Schultüte, dafür mit einer gehörigen Portion Aufregung im Gepäck. Der Start in die Ausbildung ist eben auch ein großer Schritt und eine neue Herausforderung. Nicht nur für die Azubis, sondern auch für die Firmen. Auf was beide Seiten zum Start ins Ausbildungsjahr achten müssen, weiß Horst Hohlers. Er ist Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen und war bei meinem Kollege Matthew Schene-Schön im Nachgefragt-Studio zu Gast. Ja, Dankeschön. Herr Hohlers, hallo schon wieder, darf ich sagen. Wir haben uns ja erst kürzlich getroffen für das Langkreis-Magazin aus dem Ostallgäu in Kaufbeuren. Denn auch da geht es um das Thema Ausbildung, läuft ja aktuell. Heute haben wir den Stichtag 1. September. Wie viele junge Allgäuer sind denn ab heute in den Allgäuer betrieben? Ja, also zum 1. September blicken auch wir auf ein Berufsberatungsjahr zurück, das aber noch nicht zu Ende ist. Und deswegen kann ich jetzt heute mal sagen, dass wir im gesamten Berufsberatungsjahr 4.500 Bewerber gemeldet hatten zur Ausbildungsplatzsuche. Demgegenüber standen 6.100 Ausbildungsplätze. Aber für uns ist dieser Stichtag 1. September noch nicht zu Ende. Denn in den nächsten Wochen tut sich da noch eine ganze Reihe. Und deswegen geht unser Blick eher auf die Personen, die noch nichts gefunden haben, aber auch auf die Betriebe, die noch weiter suchen. Und so sind es rund 680 Bewerber, wo noch ohne konkreten Ausbildungsplatz sind, beziehungsweise es bei uns noch nicht konkret hinterlegt haben. Und demgegenüber stehen rund 1.500 noch offene Ausbildungsplätze bei uns im gesamten Allgäu. Und das bedeutet für uns noch für die nächsten Wochen viel Arbeit, aber auch für alle, die da noch in dem Bereich suchen, auch große Chancen. Auf die kommen wir ganz zum Schluss noch mal kurz zu sprechen. Unser neuer Azubi Luca, der macht ab heute eine Ausbildung als Mediengestalter im Bild und Ton. Das ist jetzt eher eine seltene Ausbildung gerade hier. Was sind denn hier so die beliebtesten Berufe und Branchen? Ja, es gibt über 300 Berufsausbildungen. Das sieht man auch oft schon an der Dicke des Buches. Beruf aktuell, das kennen bestimmt viele, die das als Information nutzen. Und darunter verbirgt sich gerade auch der Beruf, den Sie jetzt neu ausbilden. Aber wir stellen immer wieder fest, sogar von betrieblicher Seite, wie auch bei den Bewerbern, dass es doch um 10, 20 klassische Berufe gibt, die am stärksten nachgefragt werden. Und das entspricht auch im Wesentlichen der Struktur unseres Wirtschaftsraumes. Es sind die Ausbildungsmöglichkeiten im produzierenden Gewerbe, da vor allem die Industriemechaniker. Es sind die Berufe im Handel, Einzelhandelskaufleute, Verkäufer. Es sind natürlich die Berufe in der Gastronomie, Köche, Hotelkaufleute, Restaurantfachleute. Das sind die Berufe, wo sich eigentlich der Bedarf, aber auch die Nachfrage widerspielt. Jetzt haben wir mit den Ausbildern auch gesprochen, unserem Landkreis Magazin zum Beispiel. Die klaren über Qualitätsverlust bei den Jugendlichen. Die sagen, die Azubis von vor 10 Jahren waren besser ausgebildet oder vorbereitet als die jetzt. Jetzt wird ja die Jugend nicht dümmer. Liegt es an den Schulen, an der mangelnden Vorbereitung oder liegt es vielleicht auch an den immer weniger werdenden Bewerbern, dass man sagt, okay, wir haben keine Auswahl mehr, wir müssen jetzt das nehmen, was wir kriegen können? Also das mag sehr viele Ursachen haben und diese Eindrücke von den Arbeitgebern sind uns auch nicht fremd. Aber aus unserer Sicht ist es da gerade wichtig, die richtigen Unterstützungen anzubieten, mit denen wir auch dort helfen können. Gerade wenn man feststellt, dass doch noch für den Anspruch, den der Beruf gerade auch von der theoretischen Seite, von der Berufsschulseite her mit sich bringt, gibt es von unserer Seite die ausbildungsbegleitenden Hilfen, die genau dort ansetzen, zum Teil auch mit Möglichkeiten der sozialpädagogischen Betreuung. Oder es gibt auch die Möglichkeit der assistierten Ausbildung. Das sind solche Unterstützungsvarianten, wo auch die Arbeitgeber uns ansprechen können, wo auch wir immer wieder diese Angebote machen, wenn man feststellt, dass der Jugendliche das Rüstzeug vielleicht nicht ganz so mitbringt. Wie kann man denn Jugendliche oder vor allem auch Eltern wieder von der Ausbildung überzeugen? Es ist ja wahrscheinlich auch oft so, dass die Eltern sagen, mein Kind muss jetzt studieren. Ich glaube, der wesentlichste Aspekt ist der, gerade bei den Eltern klarzumachen, dass die duale Berufsausbildung per se in einer Perspektive für ein langes Berufsleben nicht das Ende ist. Die Betriebe sind heute gefordert, sich ständig neu anzupassen und auch dort die Weiterbildungsmöglichkeiten zu verdeutlichen. Über Techniker, Meister, Fachkaufleute, wo man auch dann durchaus mal in eine anspruchsvollere fachliche Tätigkeit oder eine Führungsaufgabe wechseln kann. Gerade bei den Eltern, glaube ich, ist es wichtig, das mit zu berücksichtigen. Denn die duale Ausbildung kann durchaus eine Basis sein für eine gute weitere berufliche Entwicklung. Jetzt kommen wir noch von der Zukunft noch mal kurz zurück zur Gegenwart. Und zwar eben, was passiert mit denen, die ab 1. September keine, also ab heute keinen Ausbildungsplatz haben? Müssen die bis September 2018 warten? Sie haben gerade schon gesagt, nein. Wie müssen die vorgehen? Also der erste Schritt sollte hier sein, Kontakt mit der Berufsberatung aufzunehmen. Denn ich habe es an dem Beispiel der 1.500 noch offenen Ausbildungsstellen im Allgäu beschrieben. Da bestehen Chancen, sich offen zu zeigen, auch noch mal zu reflektieren. Muss es genau dieser Beruf sein, den ich mir vorgestellt habe? Den Rat zu suchen, was gibt es da für Alternativen, was ist verwandt und anhand dessen wirklich die nächsten Wochen noch mal zu nutzen. Auch der etwas verspätete Einstieg dann in der Berufsschulfachklasse ist da durchaus möglich. Ja, dann kommen hoffentlich in diesem Jahr noch viele dazu, viele neue Azubis zu den jetzt rund 4.500, haben Sie gerade gesagt. Wir wünschen den 4.500 erst mal viel Erfolg und vor allem auch viel Spaß im neuen Berufsleben. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, Herr Hulas und damit geht es zurück ins Nachrichtenstudio. Sagt Ihnen die kleine Gemeinde Irse etwas, liebe Zuschauer? Dem einen wird wahrscheinlich das Kloster Irse in den Sinn kommen. Ich denke da ehrlich gesagt an etwas anderes und zwar an Lotti. Wer oder was Lotti ist, erklärt Ihnen mein Kollege Jonas Strobl. Er war für unser Magazin Allgäu TV in, nämlich in Irse unterwegs und hat sich dort am Oggenrieder Weiher auf die Suche nach Lotti gemacht. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Ja, dieses Lied kennen Sie vielleicht, aber es geht nicht um schnappi, das kleine Krokodil, sondern um Lotti, die kleine Schnapp-Schildkröte. Ja, die war genau hier im Oggenrieder Weiher und die hat im August 2013 einen kleinen 8-jährigen Jungen verletzt. Anscheinend, weil man weiß nicht, ob es die Schildkröte wirklich gibt. Es wurde eine große Suchaktion gestartet und die Lotti war bundesweit bekannt und eventuell war das aber auch nur eine Medien-MT. Neben mir steht der Manu und der ist der jetzige Besitzer vom Kirx am Oggenrieder Weiher. Warum jetzt erst? Ja, die Chance hat sich vor drei Jahren ergeben. Der Vorbesitzer hat eben auch durch die Lotti, das war ja ein großes Thema, Angst gehabt, dass das Geschäft nicht mehr so weitergeht wie bisher. Und ich habe die Chance eigentlich ergriffen, weil ich dachte, okay, vielleicht gab es es, vielleicht gab es es nicht. Und habe damit eigentlich gerechnet, dass es eher vom Bekanntheitsgrad oder sich der Bekanntheitsgrad eben erhöht. Weil es ja doch international durch die ganzen Medien gegangen ist und es hat sich auch bewahrheitet. Also ich merke es halt an der Popularität daran, wenn ich zum Beispiel in Hamburg oder in Köln irgendwelche Bekannten oder Freunde treffe und die fragen, Mensch, was machst denn du? Da ist ja ein Kiosk am Oggenrieder Weiher in Irse. Dann sagen sie, wo ist Irse, wo ist Oggenried? Oggenrieder Weiher nicht, nie gehört. Und wenn ich dann sage, ja, da war die Lotti, dann war es ein Begriff und dann wissen sie, ah, okay, da bist du, da arbeitest du. Und das ist eigentlich wirklich deutschlandweit noch in den Köpfen und wiederholt sich ja immer wieder. Glaubst du denn selber dran, dass es die wirklich gab oder noch gibt? Es ist schwierig zu sagen. Also es sind viele Hinweise darauf, dass es wirklich ein Tier im Weiher gab. Leider wurde es nie gefunden. Es gab auch nicht direkt irgendwelche Augenzeugen. Also es ist relativ schwierig zu sagen, war da was, war da nichts. Aber im Endeffekt ist es jetzt fast fünf Jahre her und wenn sie nicht gestorben ist, dann ist sie weitergezogen. Also hier ist auf jeden Fall keine Lotti mehr. Wir haben hier einen ganz Mutigen. Und zwar, glauben Sie wirklich an den Mythos Lotti? Nein, absolut nicht. Aber insbesondere, es kann schon sein, dass da mal so eine Schildkröte da im Wasser gewesen ist. Aber dass das jetzt ein Risiko für Badende darstellen würde, das glaube ich auf keinen Fall. Und ich glaube eher, dass das so ein bisschen so ein Werbegeg war. Man sieht es ja anhand der Dinge da, wie diese Bäckereiprodukte, die da zustande gekommen sind. Und dass das halt recht kräftig ausgenutzt wurde. Nee, ich glaube nicht dran. Okay, vielen Dank. Dann viel Spaß beim Baden und lassen Sie nicht beißen. Weil wer weiß, vielleicht ist ja doch da drin. Das war der Wochenrückblick für diese Woche, liebe Zuschauer. Am Montag geht es natürlich mit den Allgäu TV Nachrichten weiter, mit aktuellen Themen und spannenden Beiträgen. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Toska Maria Kühn. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende und hoffentlich bis bald. Bis zum nächsten Mal.